Hast du nicht mich gemalt? Dann hast du halt gesagt, du weini, du Dreckspatz. Sagst du mir noch einmal, ich sei ein Arschloch. Schlei dort, du Küppel. Was willst du denn? MA-O-M! Du bist ja so und bleibst ja so. Na? Ja, Mann. Deine Hose ist braun. Nein, die ist die Brau, die hat ich morgen gewechselt. Du Dackel, du Bläder. Ich kann nicht mehr schatten. Ich kann holen, wir machen viel, und eine warme Schule. Das kapierst du nie, oder? Du Dackel, du Bläder. Du bist doch ein Arschloch. Du willst ja gewinnen spielen. Du willst ja gewinnen spielen. Nein. Ich hoffe, eine Nacht gewinnen. Doch. Eine Nacht gewinnt man dich. Eine Nacht mit dir. Und Eva Braun. Eva Braun. Guck mal, wie sie sorgen. Hahahaha. Wie ist Leder Christi? Eva Braun. Hä? Du, haxhoffene Dinger. Was ist ein ganz gesiebter Hund? Du, pass auf, was das sagst du! Ich sag lieber nix wasch, ich halt mich raus, dann komm ich nicht schnell. Oben, wenn ich den schon an der Grenze sehe, schreckt sie schon wieder umeinander mit dem Mimpschock, weil sie ihn nicht herbringen. Ja, das ist auch richtig. Hätten sie die Bilder schon aufgemacht. Jetzt kommt man so her. Ja, die sind doch totale Depper. Kannst nicht machen, so blöd sind sie halt, oder? Das ist gut. Alter Gott! Ruhe! Das ist mir egal, scheiße auf die Sofa. Ja! Ich habe keine Luft. Hey! Fatschke! Wann soll der Frisee kommen und dir den Haar schneiden? Morgen Mittag! Wir haben bis auf 600 Meter Haar schnee. Die Postachtbescheid war. Ich habe es heute Morgen im Magazin rausgesehen. Und nochmal bis 10 Grad Minus. Normalerweise gewinnt es auch den. Der gewinnt nochmal. Und die waren zu blöd zum Spielen. Weil viel Schnee geht und auf den Platz. Jetzt hat die alle ausgerutscht und werden nur gelacht. Aber eigentlich musst du Bayern schalten. Was gibt es am Dienstag zum Geburtstag zum Essen? Nichts. Nichts. Ich mache nichts. Nein. So, du hast jetzt mit euch rausgemacht. Und ich weiß gar nichts davon. So, du bist schon ein dicker Hund. Ich mache nichts davon, bis dann? Söber. Am Dienstaggut! Söber, bis dann, bis dann. Ich habe Angst. Aber du bist ein dicker Hund. Und ich komm dir, bis dann, bis dann. Ich habe Angst, bis dann. Du, alte Bauchersäckchener, komm rein! Da kommst du nicht mehr. Ich hielt mich rein mit dem Radlater. So ist es nicht geschwört. Fängt der morgen bei euch an? Dann hat sie gesagt, nein, ich muss gar nicht zweit morgen in den Arsch. Dann hat sie gesagt, dann fängt der nicht mehr an. Er schimpft. Du hast Geld bezählt, du musst morgen, muss ich auch. So! Soll ich mir ja mal gucken. Nicht so, so gut, genau so wenigen Leuten, wie alle anderen. Ich bin sehr gut ausgekommen, aber die Sauferräter dahinter, die beim Buckel da oben, das war schon scheiße. Sollte Bauchersäckchener, komm rein! Du, alte Bauchersäckchener, komm rein! Du tust gut. Komm. Du mein Bannerseuche. Du packst Korn am Kragen. Aber wie? Aber sicher wieder. Kannst du nicht mehr zum Seuchen gehen, wenn ich veganer bin? Weil die dreht Nudeln rum. Das war eine Teulage. Du musst dann gar nicht fallen werden. Du brauchst ja einen Meter Scheiße aus Papier. Da kommst du vor wie der letzte Trottel. Bei der Hochzeit. Von wem? Von Simon. Da war der Fendi nicht dabei. Der hat gar nicht auf so eine Scheiße geplantiert. Bei mir fallen kein Nudeln rein. Ja. Du brauchst die Zimmerkehre. Es ist Kunststoff. Oder? Der Freitag hat uns gebraucht. Und heute haben wir Samstag. Heute 5 Roller gebraucht. Halt. Dann 5 Tee. Da mach schon Tage Roller ein Schuss aufs Papier hin. Und ich denk, das ist Papierig mit. Hast du jetzt deinen Christbaum? Ich hab' die Teulein. Jetzt bist du überall umgegangen. Jetzt bist du überall umgegangen. Hast du auch vom Flitverfahren. Bei der Bergbauerei hast du den hinter. Den hast du vom OBI. Hast du jetzt deinen Christbaum? Ich hab' die Teulein. Jetzt bist du überall umgekehrt, hast du noch auf den Spritverfahren und bei der Bergbauerei hast du den nieder, den hast du von oben. Bei mir fallen keine Nadel an, die brauchst du zusammenkehren. Das ist Kunststoff, oder? Ich mach nichts. Das ist aus. Das ist scheißegal. Ich muss kommen und fallen. Und dann, wo sie passt, dann kommen sie auch kürzer. Aber so scheiße wie ihr letztes Mal da sehnen müsst. Was sag ich nicht auch? Zogst du den ganzen Abend, zog in die Scheiße da hin? Und? Was bleibst du eigentlich rum, du? Rutsch auf! Hä? Der Schaden gesagt hat. Das ist ja irgendwie. Also gut, dann halt ich mal durch. Ich nehmts zurück! Ich nehmts zurück! Ich nehmts zurück! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich musste zwei raus. Die hab ich auf den Ofen gestellt. Die waren zehn Minuten. Die waren da. Die haben den Ofen gepackert. Ich hab's ja geackert. Ich hab's ja geackert. Wenn's die Luft ist, ist auch egal. Was ist halt eh? Das war's für heute. Das ist auch noch keiner. Bierflasche im Backofen. Ich hab's ja nicht auf den Titel gelegt. Und dann bin ich nachgerollet. Die Idee muss jetzt kommen. Da kannst du ein Patent anmelden. Ja. Das geht rein und frei. Packen hier rein. Super! Dafür muss ich presieren. Weil wenn's hingeht, dann läuft Bier in die Backregel rum. Dann kann's raus schlafen. Ich hab's ja. Nein, 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 nein. Pfff. Im Moment, so ein Bezineflichter. Ah. Ja. Da hat mich doch das Dreckzahler. Da kannst du ein Bier durchgebracht. Dann starrt du gleich eine Flasche. Aufgemacht. Kommt nix raus. Und dann denkt der, was soll denn die Scheiße? Oh. Oh. Lässt du halt mit dem Moiner wieder. Da haben wir wieder rumgeguckt. Der hat mir schön so das Papier doch hergebracht. Einlagenzahlung. Du, du Dreckzau. Und dann musst du ja Füßnägel einwicklen, dass du... Nein, nein. Das geht doch gar nicht. Das kannst du ein Alter um den Katz rumwicklen. Das ist mir scheißegal. Ich ging nachher und kauf mal was. Der ist morgens zum Einkaufen gegangen. Und dann gesagt, wenn du mir drei lag ich. Dann hat der was gebracht. Heuer. Weil alle lag ich scheiße. Das Papier, das ruckst du ja an den Fängernarsch. Das geht doch gar nicht. Wo sind die denn da, oder? Bin ich wohl bei den Rentnern. Bis jetzt neunter. Wenn ich morgens um die Scheiße sag, und das geht durch. Das ist gar nicht so geil. So, ich erst zähne dich schon zu pumpen, Bräuner du. Ich nehm dir Schischbeck und warf den Futt. Kommt Bräuner aus und du. Voll Idiot. Leck mich am Arsch, du Dreckzack. Guten Morgen, ihr Säcki. Ja, ja, passt schon. Na, ihr, kein Marmord, wenn ich, du Dacklitz. Ich hab mir Arsch, du Arsch noch. Geh holst, Leute, herzahmein. Ich hab die Scheiße immer noch nicht. Ja, ja. Das ist der letzte Hit wieder. Puh, hu, hu, hu. Ich hab allemal 800 Euro zahlt, nur mit der Scheiß-Handynummer. Weischt? Na ja. Für Ficknummer. 800 Euro. Das hat mich gerufen. Das hat mich gerufen. Violin, du bist größter Arschloch. Wo rumlauft? Guten Morgen, ihr Säcki. Ja, ja, passt schon. Na, ihr, kein Marmord, wenn ich, du Dacklitz. Ich hab mir Arsch, du Arsch noch. Geh holst, Leute, herzahmein. Hüp, die Scheiße immer noch nicht. Ja, ja. Das ist der letzte Hit wieder. Puh, hu, hu, hu. Aber vielleicht hast du auch Corona. Na ja, keine Äste. Und das glaubst du. Ich weiß gewiss, dass ich keine Corona hau. Du Arschloch. Ich bin doch ein Säcki. Ich bin doch dumm. Hast du noch auf, dass du unkalt hast? Oh, Penner. Hast du jetzt mich gemalt? Du hast halt gesagt, du, eh, wenige, Pritzpatze. Sagst du mir noch einmal, ich sei ein Arschloch. Schlei dort, du Küche. Du bist ja so, und breffst ja so. Na? Ja, Mann. Was willst du denn? Ma. O. Am. Du sagst, du, Peter. Ha, ha, ha. Ich kann nicht mehr Sack nennen. Ha, 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 ha. Ich kann holen, machen Früher, und dann war nicht gut. Du bist ja gewinnig. Du bist ja gewinnig. Du bist ja gewinnig. Nein. Ich hoffe, eine Nacht gewinnert. Doch. Eine Nacht gewinnt man dich. Eine Nacht mit dir. Wir sehen, der Herr. Und Eva Braun. Eva Braun. Eva Braun. Ha, ha, ha. Guck mal, wie die äutern. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Viertel der Christi, ha, Eva Braun! Ha, 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 ha. Du argsoffene Dinger. Ha, ha, ha. Das kapierst du nie, oder? Du Dackel, du Blöder. Du bist doch ein Arschloch. Na ja, und was ist braun? Na, die ist blau, die hat ich morgen gewechselt. Das ist ein ganz gesiester Hund. Du, pass auf, was da sagst du! Du sagst lieber nichts, weil du halt mich rauskommst. Na komm in. Hallo! Na komm in. Na, ich hab's schwange. Na komm ins Moment! Das ist gut! Na komm ins Moment! Oben, wenn ich den schon am Grenzen sehe, schreit sie schon wieder umeinander mit dem Impfstoff, weil sie ihn nicht herbringen. Ja, das ist auch richtig. Hätten sie die Bilder aufgemacht. Jetzt kommt man so her. Ja, das sind doch totale Depper. Kannst nicht machen, so blöd sind sie halt, oder? So. Das ist mir egal, jetzt scheiß auf die Schofa. Alter Gott! Ruhe! Ich hab keine Luft mehr. Hey, Fatschke! Die haben bis auf 600 Meter Haar Schnee. Wusstest du Bescheid noch? Ich hab's heute morgen im Magazin rausgesehen. Und nochmal bis 10 Grad Minus. Wann soll der Füße kommen und jedem Haar schneiden? Morgen Mittag! Was gibt's am Dienstag zum Geburtstag zum Essen? Nix! Nix! Ich mach nichts! Nein! Ich muss nicht. Das ist aus! Was war mir das? Ich ist scheißegal. Ich muss kohlen, pahle! Und dann, wo sie passt, da kann man sie auch kürze! Aber so scheiße wie letztes Mal, dass ich ihn nehmt. Was hab ich nicht auf? Normalerweise, normalerweise gewinnt es auch der. Der gewinnt nochmals. Aber die war zu blöd zum Spielen, weil zu viel Schnee geht und durch den Blatt. Jetzt hat die Olli ausgerutscht und die hat nur eingeladen. Ich muss einen Böden sein und das tun. Mein Vater war. Aber dann war es so, dass ich ihn da ausgerutschen musste. Aber ich habe sie wieder immer aufgeräuscht. Ich habe sie schon gesehen, was ich gerade born. Ich habe sie von ihnen nur, ich habe sie geblendet. So, du hast das jetzt mit euch rausgemacht und ich weiß gar nichts davon, das ist ja ein dicker Hund. Du, alte Bauchersäckchen, komm rein, da kommst du nicht mehr. Du, alte Bauchersäckchen, komm rein. Du tust gut. Komm. Du mein Bannerseuche. Du packst Köln am Krage. Aber wie? Aber sicher wieder. Ich hielt mich der Alter mit dem Machen, der hat doch. So, wie es sich geschwört? Fangt der morgen bei euch an? Dann hat sie gesagt, nein, ich muss gar nicht zwei Monate im Arsch. Dann hat sie gesagt, dann fangt der nicht mehr. Er schimpft. Du hast Geld gezählt, du musst morgen, muss ich auch. Dann hat sie gesagt, zum... Na, soll ich mir auch mal gucken. Dann hat sie gesagt, du hast geleistet, wenigen Leuten wie alle andere. Ich bin sehr gut ausgekommen, aber die Souffereiter haben da hinten einen Buckel da oben. Das war schon scheiße. Der Friedrich hat uns gebraucht. Und heute haben wir Samstag, halb fünf Roller gebraucht. Halt, dann ist das FD. Halt. Da mach ich schon einen Tag wohl ein Schuss aus Papier hin. Und ich denke, das Papier ist mit. Kannst du nehmen zum solchen, wenn ich vegane bin? Weil die dreht Nudeln rum. Das war eine Dreilage. Ich muss sagen, ich habe keinen tollen Wert. Da brauchst du einen Meter Scheiße aus Papier. Da kommst du vor wie der letzte Trottel. Bei der Hochzeit. Von wem? Von Simon. Da war der Fendi nicht dabei. Der hat gar nicht auf so eine Scheiße gehandiert. Das war die Manitär. Das war die Geschichte mit der Schuss. Die Schuss. Die Schuss. Vielen Dank.